Das ist mein Lieblingsplatz. Hier gehe ich nicht mehr weg. Muss ich auch nicht. Denn wir haben unser Haus an die Deutsche Leibrenten verkauft. Wir bekommen eine Immobilienrente und können für immer zu Hause wohnen bleiben. Immobilie verkaufen, Immobilienrente erhalten und zu Hause wohnen bleiben. Deutsche Leibrenten. Verkaufen, um zu bleiben.